Du meinst recht. Und was hast du gegessen? Okay. Und die Mama Ochsenfetzen? Ah, okay. Ich glaube das letzte Mal, wo ich mal mit ihr da war, schon mal Jahre, hatte ich Ochsenfetzen. Aber hat es eigentlich mal genauso geil geschmeckt wie das letzte Mal? Das war schon herausfordernd, ne? Das war schon herausfordernd, ne? Die haben so ein 6er Menü, ne? Das war schon herausfordernd, ne? Das war schon herausfordernd, ne? Das war schon herausfordernd, ne?